Die Zusammenarbeit mit der Firma Eichholz war für mich sehr gut. Wir haben sehr schnell ein Angebot bekommen, das sehr plausibel war. Die Arbeiten wurden sehr sauber durchgeführt, termingerecht durchgeführt, wurde pünktlich geliefert. Also rundherum total zufrieden. Ich habe mich für die Eichholz GmbH entschieden aufgrund von der Empfehlung von einem Freund. Der hat auch eine Wärmepumpe bekommen, war sehr zufrieden, wie das gelaufen ist. Und ich habe mir das da auch vor Ort angeguckt. Und da das alles einen sehr guten Eindruck machte, haben wir einfach mal ein Angebot angefordert. Ich war sehr zufrieden. Also das fing schon damit an, dass wir sehr kurzfristig im Rahmen der Antragsförderung 2022 eine Unterstützung gebraucht haben. Es gab auch kurzfristig ein Angebot, was heutzutage nicht selbstverständlich ist, das dann auch noch plausibel ist und nachvollziehbar. Und auch in diesen schwierigen Bedingungen rund um die Lieferbarkeit wurden aber verlässliche Termine gemacht. Und als es dann zur Ausführung kam, wurde auch an einem Stück direkt hintereinander weggearbeitet. Ist auch nicht immer selbstverständlich, dass dann nach fünf, sechs Tagen alles fertig ist. Das war aber erfreulicherweise da in dem Fall so. Also es ist mir wirklich extrem aufgefallen, wie sauber gearbeitet wurde. Ich bin selber auch mal aus dem Handwerkshaushalt, von daher ist es nicht ganz so schlimm, weil ein bisschen Staubrum dicht. Aber den habe ich echt vergeblich gesucht. Was uns sehr geholfen hat, war die Unterstützung bei der Antragstellung. Das musste sehr kurzfristig passieren. Und das ist auch manchmal mit Behörden nicht ganz so einfach, das kurzfristig zu realisieren. Da haben wir gut Unterstützung erfahren. Das hat uns letztendlich bei der Verwirklichung des Projekts geholfen. Das war es, sehr ruhig zu sehen. Der Vorchine